Let's play Linux! Wir spielen heute ein bisschen Linux, spielen deshalb, weil es einfach viel mehr Spaß macht, als diese kryptischen Textbefehle durch Theorie zu lernen, zu lesen und dann einfach einzugeben. Das macht viel mehr Spaß, wenn wir einfach Level haben, die wir durcharbeiten müssen, mit Aufgaben, die wir lösen müssen. Und praktischerweise gibt es da auch Spiele, die auf echten Linux-Systemen basieren. Und da haben wir hier Bandit von OverTheWire.org. Ziel des Spiels ist, dass man sich mit SSH auf ein virtuelles Linux-System einloggt und dort mit Standard-Linux-Befehlen das Passwort für das nächste Level findet. Und damit haben wir dann auch gleich eine Aufgabe, an der wir einfach die Befehle anwenden können. Das macht viel mehr Spaß, als einfach nur die Theorie zu lernen und die Theorie und irgendwelche komischen Befehle auswendig zu lernen. Und ich habe die ersten paar Level schon durchgespielt und habe dann einfach gemerkt, dass allein durch ein paar Standard-Befehle man schon so viel lernen kann, wenn man einfach so tiefer noch geht und versucht wirklich die Befehle zu verstehen, dass es sich einfach lohnt, einfach jetzt eine kleine Serie daraus zu machen, um das Betriebssystem ein bisschen besser kennenzulernen. Ich selbst bin auch noch nicht hundertprozentig sicher damit, deshalb lerne ich einfach auch gleichzeitig beim Aufnehmen immer mehr. Und so können wir dann gemeinsam einfach das Betriebssystem ein bisschen besser kennenlernen und haben auch gleichzeitig die Motivation, das System mehr zu erkunden, die Befehle mehr zu erkunden, um das Passwort auch wirklich zu finden. Das Level 0 ist relativ einfach, wir müssen uns erstmal prinzipiell einfach nur einloggen auf das System. Beim Level 0 wird uns der Benutzername und das Passwort gleich gegeben, das ist super nett, damit wir erstmal uns einloggen können. Und da merken wir auch gleichzeitig schon, wie viel wir da lernen können. Und zwar müssen wir das Protokoll SSH benutzen, um uns darauf einzuloggen und den Port 2220 mit dem Passwort Bandit 0, Bandit 0. Und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt mal an. Dazu brauchen wir erstmal eine Konsole, beziehungsweise einen Terminal. Das ist in unserem Fall eine Software. Der Begriff Terminal, der kommt einfach noch aus der Vergangenheit, in der die Computer so groß waren wie Räume. Damals war die Rechenpower einfach irgendwie noch nicht so weit, dass man überall Computer hinstellen konnte, sodass man dann einfach nur einen Computer in den Raum gestellt hat und dann alle Leute in dem Büro sich quasi mit kleinen Terminals an den großen Rechner verbunden haben. Dadurch hat man einfach die Rechenenergie gespart. Diese kleinen Computer waren dann keine wirklichen Computer, sondern die waren einfach wirklich nur Terminals. Das waren einfach nur Tastaturen mit einem Bildschirm und einer Art Modem, mit der man sich einloggen konnte. Das waren also echte Hardware-Terminals. Und die versucht man einfach mit dieser Software heute zu emulieren. Das ist also ein Software-Terminal. Das System, was ich hier habe, ist Mac. Auf Linux und Mac heißt die Software jeweils Terminal. Bei Windows ist es ein bisschen anders. Da ist keins eingebaut. Da gibt es zwar diese Command-Line. Die kann aber nicht so viel. Was man da machen muss, ist, man muss sich dann quasi die SSH-Funktionalität nachinstallieren. Das passiert meistens mit Putty. Es gibt aber auch noch tonnenweise andere Software. Kostenpflichtig, kostenlos. Das findet man schnell. Putty ist irgendwie das Erste, was man immer findet. Die Software hier ist also das Terminal. Und was wir damit machen, ist, wir loggen uns damit in die Shell ein. Und die Shell ist dann das Interface zu der Software. Das heißt, alles, was wir hier eingeben, die Befehle, die wir hier eingeben, die werden dann von der Shell übersetzt in das System. Und das System, in dem Fall bei Linux ist es ein Kernel, der übersetzt dann diese Befehle in tatsächliche Programme bzw. in Funktionen. Und um gleich einzusteigen, wissen wir ja schon, wir müssen uns per SSH einloggen. Das wurde uns gegeben. Und die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Und wir wissen ja nicht immer, was SSH bedeutet. Und wie finden wir das jetzt raus, ist natürlich die größte Frage. Und hier merken wir dann auch direkt, dass uns ein Spiel eine perfekte Grundlage geben kann, um einfach Standardbefehle zu lernen. Und uns die Motivation auch gibt, diese Befehle zu lernen. Der wichtigste Befehl, den einfach jeder wissen muss, vor allem als Anfänger, ist der Befehl MAN. Und Befehle werden standardmäßig eingegeben, einfach als Befehl. Dahinter kommt dann eine Leertaste und dann meistens eine Option oder Parameter, je nachdem, wie man das jetzt nennt. Und hier kann man auch gleich schon wieder viel lernen. MAN steht für MAN Pages, also für Handbuch. Die MAN Pages sind wirklich Dokumentationsseiten, die alle Funktionen beschreiben, die aktuell installiert sind. Und um die zu durchsuchen, benutzen wir MAN minus K, Leerzeichen und dann das Stichwort. Der Befehl wird dann übergeben mit Enter. Und da sehen wir schon eine ganze Menge an Ergebnissen. Jetzt können wir mal durchscrollen und sehen, das ist eine ganze Menge. Dann können wir auch hier, hier sehen wir auch gleich schon Zahlen, da finden wir auch noch raus, was das bedeutet. Hier ist also der Befehl, beziehungsweise das Stichwort und rechts ist eine Beschreibung. Und hier sehen wir zum Beispiel, das erste ist direkt ein Open SSH Client zum Remote Login. Das klingt ja schon mal genauso, wie wir das haben wollen. Denn was wir ja machen wollen, ist, wir wollen uns auf einen Server einloggen und standardmäßig braucht man dafür auch einen Client, da es ja immer Client und Server ist. Und um jetzt diese bestimmte Seite aufzurufen, können wir hier rausgehen mit Q und dann den Befehl nochmal eingeben ohne das K. Also MAN, Leerzeichen, SSH. Und das ist eigentlich auch perfekt, um die Befehlsnamen gleich mal kennenzulernen. Denn das sind ja zwei Befehle, die einfach nur drei Buchstaben haben. Also alle Befehle haben einfach sehr, sehr kurze Namen, alles ist immer abgekürzt. Aber gut ist auf jeden Fall zu wissen, was die Abkürzung bedeutet. In dem Fall wissen wir ja schon, dass MAN MAN Pages sind und SSH, das lernen wir gleich auch noch. Aber jeder noch so kurze Befehle hat eigentlich einen Sinn, wenn man ihn komplett ausspricht. Das macht also auch wirklich Sinn, sich Dokumentation mal anzugucken, um rauszufinden, was das jetzt auch bedeutet. Und damit kann man sich auch gleichzeitig einfach super merken, was der Befehl dann macht. Und andersrum natürlich, was möchte ich machen und daraus den Befehl quasi schon ableiten. Jetzt drücken wir also mal Enter, um die Dokumentation für SSH zu lesen. Da ist die Dokumentation für SSH. Diese MAN Pages sind immer gleich aufgebaut. Oben der Name, dann gibt es Optionen, Beschreibungen und weiter unten gibt es dann alle Optionen nochmal aufgelistet mit ausführlichen Beschreibungen und auch Beispielen oft. Ganz, ganz unten, wenn wir ganz runter scrollen, bis zum Ende, hier sind Beispiele, hier sind dann die Verfasser, die Standards und es gibt noch weiterführende Befehle. Das ist auch ganz spannend, wenn man auch mal wissen möchte, wie Sachen zusammenhängen. Gut, wieder ganz oben. Wir wissen immer noch nicht, was SSH bedeutet. Das steht hier immer noch nicht. SSH bedeutet Secure Shell, um jetzt einfach mal vorzugreifen. Und hier steht ja auch schon, das Programm ist dazu da, dass man sich auf einen Remote Host, also auf eine entfernte Maschine einloggen kann und dort Befehle ausführen kann. Das Ganze passiert dann sicher durch eine verschlüsselte Übertragung. Und deshalb bedeutet SSH Secure Shell. Der kurze Name hat also auch wieder einen Sinn. Wenn wir uns das jetzt mal so durchlesen, dann steht hier zwar nicht als Tutorial oder How-To, was man machen muss, man kann aber schon relativ gut ableiten, was wir jetzt machen müssen. Und zwar steht hier natürlich, wir brauchen einen Hostname und einen User und wir können mit verschiedenen Methoden unsere Identität bestätigen. Das Ganze passiert bei uns mit einem Passwort. Das wurde uns ja schon gegeben. Also müssen wir jetzt danach Ausschau halten, wie wir Username und Passwort eingeben. Den Hostname haben wir auch, das ist ja eine Adresse. Also müssen wir einfach nur noch Stichwörter suchen. Und hier sehen wir hier oben auch schon, wir haben gleichzeitig auch noch einen Port bekommen, den dürfen wir auch nicht vergessen. Und wenn wir oben mal die Option durchsehen, dann finden wir alle diese Stichwörter auch hier oben schon vertreten. Das heißt, hier gibt es einen Login Name, hier gibt es einen Port und am Ende gibt es nochmal eine Kurzfassung, User at Hostname. Das sieht ja fast aus wie eine E-Mail-Adresse. Und wenn wir hier mal so nach unten scrollen und gucken, wie wir diesen Login Name jetzt eingeben müssen. Jetzt kommen wir zu L. Ist auch alphabetisch immer sortiert. Ja, dann steht hier, wir müssen jetzt einfach Minus bzw. Bindestrich, ist ja kein Minus, sondern eigentlich ein Bindestrich, also Bindestrich L, Leerzeichen. Und da müssen wir den Login Name da hinschreiben. Also hier sollen wir dann nicht Login-Name hinschreiben, sondern das Unterstrichene ist das, was wir dann eingeben müssen. Also würde jetzt SSH, Leerzeichen, Bindestrich L, Leerzeichen, Username schon mal der Anfang sein. Wenn wir jetzt noch weiter runter scrollen und zu Port gehen, dann sehen wir hier, das bezeichnet den Port, mit dem wir uns verbinden wollen am Host. Und der wird auch mit Bindestrich P, Leerzeichen, Port angegeben. Und damit haben wir jetzt eigentlich schon alle Sachen, die wir auch brauchen. Nochmal nach ganz oben. Das steht ja auch am Ende hier, User Add Host Name. Den Host Name müssen wir jetzt auch eher genug verwurschteln. Und das scheint auch zu gehen, wenn wir jetzt den User Name und dann Add und den Host Name einzugeben. Das können wir einfach mal ausprobieren. Klingt ja schon mal gut. Also im Grunde brauchen wir jetzt zum Beispiel dieses Login dann gar nicht, sondern wir haben ja schon den User Name hier vorne. Wir brauchen also nur das P für Port. Und das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier auch einfach zum Manövrieren das Scrollrad benutzt. Das geht nicht immer. Normalerweise benutzt man die Leertaste für eine Seite weiter. Kann also auch mal sein, dass es nicht mit Scrollen geht. Oder wenn man an einem Computer sitzt ohne Scrollrad, was ja auch theoretisch möglich ist, weil das Terminal braucht ja gar keine Maus, dann einfach die Leertaste benutzen. Q bringt uns hier raus. Q für Quit. Auch hier wieder. Ganz einfach. Kurzer Name, aber sinnvoll. Gewählt. Q. Da sind wir hier raus. Um jetzt irgendwie eine Übersicht zu bekommen oder mehr Platz, können wir hier Clear eingeben. Um einfach nochmal ein bisschen Platz zu bekommen. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Und zwar machen wir das so, dass wir einfach mal SSH Leerzeichen Bindestrich P Leerzeichen 2220 Leerzeichen. Dann den Username Bandit 0. Und dann holen wir uns natürlich die Adresse hier. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Man kann einfach so, so extrem in die Tiefe gehen. Wir haben jetzt ganz viele Sachen angenommen. Also sowas wie Port. Das würde ich gleich irgendwie nochmal aufgreifen. Aber wir nehmen jetzt einfach die Adresse. Aber warum die Adresse? Weil normalerweise funktioniert das ja dieses ganze Internet über IPs. Also die Übersetzung von Adresse auf IP ist ja auch nochmal ein Thema. Und wenn man jetzt verstehen möchte, wie es wirklich funktioniert, dann müsste man sich das auch nochmal angucken. Also um ein richtiges Verständnis zu bekommen, reicht es eigentlich schon, dieses Spiel, in Anführungszeichen, einfach durchzuspielen und sich jeden Schritt einzeln genau anzugucken. Diese Netzwerktheorie will ich jetzt aber ungern durchgehen. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Spiele, die sich dafür besser eignen. Und mal gucken, ob ich dazu eine andere Serie mache. Dann kopieren wir uns das mal und pasten das hier rein. Und wo wir jetzt hier den kompletten Befehl haben, können wir uns auch das Thema Ports nochmal angucken. Das ist tatsächlich eigentlich relativ komplex, wird oft einfach nur ganz abstrakt erklärt, dass der Computer dann auf diesem Port lauscht. Und wenn dann Pakete ankommen, der Computer irgendwie weiß, wohin die müssen. Das ist auch richtig, ist aber softwaretechnisch auch nochmal extrem spannend. Dann gibt es noch Begriffe wie Socket, die eine Mischung aus oder ein Zusammenschluss von IP und Port sind, die aber dann wirklich einfach softwaretechnisch wichtig sind. Und um das zu verstehen, müsste man jetzt richtig, richtig tief gehen. Das könnte man dann nochmal in einer Netzwerkserie machen. Und um das zu verstehen, müsste man dann auch wieder Protokolle und IP verstehen. Und um das jetzt mal abzukürzen, können wir sagen, dass wenn ein Programm Daten aus dem Netzwerk empfangen möchte, dann muss es dem Betriebssystem damit irgendwie Bescheid geben. Was es dann macht, ist, es öffnet einen Socket. Ein Socket ist also eigentlich ein Kommunikationskanal innerhalb des Betriebssystems. Sagt also, hey Betriebssystem, ich möchte auf einem Socket Daten empfangen. Das Betriebssystem gibt dem dann einfach erstmal irgendeinen Port innerhalb des Betriebssystems und auch keine Adresse. Das Ganze muss dann noch dem System mitgeteilt werden, dass ich jetzt auch auf dieser bestimmten Adresse, IP-Adresse in dem Fall, Daten empfangen möchte. Die Adresse muss dann die IP-Adresse von der Netzwerkkarte sein, die in diesem Netzwerk ist, von dem die Daten kommen sollen. Sodass dann das Betriebssystem weiß, ah, wenn auf dieser IP-Adresse Daten für diesen Port kommen, dann möchte dieses Programm das haben. Und das ist dann also dieser Socket, die IP-Adresse plus Port. Und wenn dann die Daten kommen aus der Netzwerkkarte in das System, dann gibt es nochmal verschiedene Pakete, also Ethernet, IP und da dann nochmal TCP. Und darin sind dann die Daten, das wird dann von unten nach oben ausgepackt. Und am Ende steht dann im TCP-Paket ein Port, den das Betriebssystem nimmt und die Daten dann eben an dieses Programm weiterzuleiten. Das ist ein extrem spannendes Thema, da kann man super, super, super tief reinsteigen. Vielleicht reicht uns auch erstmal für diese Session die abstrakte Erklärung. Eines dazu aber noch, und zwar benutzen wir jetzt hier den Port 2220 und den müssen wir tatsächlich nur angeben, weil der Port jetzt anders ist als sonst. Da gibt es dann auch wieder ein interessantes Konzept und zwar das Konzept der Well-Known-Ports, also der bekannten Ports. Das ist im Grunde eine Liste von Ports und Applikationen oder Protokollen, die auf der ganzen Welt bekannt sind und einheitlich sind. Jedes Betriebssystem respektiert diese Well-Known-Ports, um sicherzustellen, dass das Internet am Ende auch wirklich funktioniert. Denn es sind ja irgendwie Millionen von Computern und extrem viele verschiedene Betriebssysteme im Internet unterwegs. Und diese Well-Known-Ports stellen dann sicher, dass man auch mit einem bestimmten Protokoll einen Computer immer erreicht. Dieses SSH-Protokoll, was wir hier jetzt benutzen, das ist ja extrem wichtig. Das ist im Grunde die Schnittstelle, mit der man einen Remote-Computer administriert. Und um sicherzugehen, dass man diesen Computer immer administrieren kann, ist für SSH der Well-Known-Port, Port 22. Und das bedeutet, dass im Grunde, wenn man ein Betriebssystem installiert, was SSH unterstützt, dann startet das immer auf dem Well-Known-Port 22, um sicherzugehen, dass dieser Computer dann auch administriert werden kann und erreichbar ist. Das Programm startet also und sagt dem Betriebssystem, hey, ich möchte auf dem Port 22 Daten empfangen. Und wenn ich dann jetzt mit SSH mich verbinde, ohne dieses Binnenstrich P2220, dann würde das Programm erstmal annehmen, okay, der Port ist 22 und dann versuche ich das einfach mal. Und aus verschiedenen Gründen möchte man das eigentlich ändern, denn im Grunde weiß ja auch wirklich die ganze Welt, auf Port 22 ist das SSH. Und SSH ist halt extrem wichtig und deshalb ist eine der ersten Sachen, die man meistens macht, diesen Port erstmal zu ändern, damit man nicht einfach so standardmäßig angreifbar ist. Der Port ist zwar immer noch quasi offen, aber erstmal woanders. Von diesen Ports gibt es extrem viele, und zwar 65.535 und davon sind die ersten 1023 Well-Known-Ports. Und je nach Betriebssystem brauchen verschiedene Programme andere Rechte auf dem Betriebssystem, um auf den unteren Well-Known-Ports lauschen zu können. Das braucht dann also quasi ein Trojaner erstmal Admin-Rechte, um auf diesem Standard-Port auch lauschen zu können. Um jetzt nochmal einen Schritt tiefer zu gehen, können wir uns diese Well-Known-Ports auch angucken. Das ist eigentlich ganz einfach, denn jedes Linux-System basiert auf Textdateien. Und da könnte man jetzt auch nochmal einen Schritt weiter gehen, Linux und Unix und Mac. Was bedeutet das jetzt? Das können wir immer noch machen. Das hier ist Mac und Mac basiert auf Unix. Linux basiert auch auf Unix, sodass die Basis ungefähr gleich ist. Also alles, was wir auf Linux machen können, also vieles davon können wir auch auf Mac machen, sodass wir auch die Well-Known-Ports hier auf dem Mac uns angucken könnten und auf jedem Linux-System natürlich auch. Diese Well-Known-Ports liegen als Textdatei in Verzeichnis etc. Und das können wir uns jetzt mal angucken. Dazu löschen wir den Befehl nochmal. Das können wir mit STRG-C machen. STRG-C ist der Befehl, mit dem man auch aktuelle Programme quasi schon abbrechen kann. Und dann machen wir jetzt gleich nochmal einen kleinen Exkurs in Basic-Befehle von Linux. Mit cd, Change Directory, können wir ein Verzeichnis wechseln. Leerzeichen, dann das Verzeichnis. Das Verzeichnis ist etc. Das bezeichnet also den kompletten Pfad. Das unterste bei Linux ist immer Slash. Das Slash bedeutet Root, also das Wurzelverzeichnis, von dem alles andere abstammt. Bei Windows wäre es jetzt c, auf dem alles liegt sozusagen. Und bei Linux ist eben die Wurzel Root. Mit Enter können wir jetzt das Verzeichnis wechseln und sind jetzt in dem Verzeichnis. Hier links sehen wir auch, dass sich die Anzeige irgendwie geändert hat. Und zwar zeigt die Anzeige uns auch immer an, wo wir gerade sind. Wenn wir gerade schon bei Pfaden sind, dann ist das hier oben eine absolute Pfad. Zu etc. Und das hier ist auch eine Pfadangabe. Dieser Kringel hier bezeichnet das Home-Verzeichnis. Das Benutzerverzeichnis für den aktuellen User für mich. Und dieser Kringel hier bezeichnet eigentlich das Home-Verzeichnis für den aktuellen angemeldeten Benutzer. Ich war also von Anfang an in meinem Benutzerverzeichnis, was das Home-Verzeichnis auf Linux ist. Das hier ist eigentlich nur eine Variable, die dann den absoluten Pfad zu dem Home-Verzeichnis enthält. Diese Anzeige können wir auch noch ändern. Das können wir auch später nochmal machen. Wenn ihr euch irgendwo anmeldet und das anders aussieht, keine Angst. Das kann einfach von verschiedenen Versionen unterschiedlich aussehen. So, jetzt sind wir hier in diesem Verzeichnis etc. Da soll ja die Textdatei Services drin sein. Wie können wir uns das jetzt angucken? Das ist auch ganz einfach. Dann benutzen wir einfach den Befehl ls für List. List listet uns einfach alle Dateien auf und Ordner, die sich gerade in diesem Ordner befinden. Dazu brauchen wir keine Option oder sowas. Dann nehmen wir einfach ls, enter. So, und das sind jetzt alle Dateien in diesem Verzeichnis. Die sind hier ganz toll alphabetisch sortiert. Und das sehen wir auch gleich schon hier bei s, services. Um uns das jetzt anzugucken, benutzen wir jetzt einfach den Standard-Editor von Mac. Das ist ein Nano. Üblicherweise gibt es auch noch VI. Das kommt alles noch später genauer. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Der Befehl ist Nano, Leerzeichen. Und dann den Dateiname, services. Und hier sieht man auch schon, das sind einfach nur Dateien ohne Endung. Es ist also auch wichtig zu merken, dass man auch Dateien ohne die Endung txt einfach als Text öffnen kann. Mit enter gucken wir uns das an. Und hier sehen wir, dass das hier die Liste der Well-Known-Ports ist. Die ist standardisiert durch die IANA. Das ist eine Organisation, die Portnummern, IPs und sowas im Internet vergibt und standardisiert. Und wenn wir jetzt runtergehen, dann sehen wir hier alle Well-Known-Ports aufgelistet. Und wenn wir zu SSH gehen, dann sehen wir auch hier Port 22 auf UDP-DCP, kommen wir noch zu, für SSH-Remote-Login-Protokoll. Auf unserem System ist also der Port 22 als Well-Known-Port für SSH bekannt. Und was diese Datei jetzt macht, ist, dass sie den Port auf den Service übersetzt. Das heißt also, wenn einfach so Pakete zum Port 22 kommen, ohne dass überhaupt ein Programm danach gefragt hat, dann guckt das System in diese Datei, um zu gucken, welcher Service denn dafür in Frage kommt. Da kommt also ein Paket für Port Nummer 22 an. Dann weiß das System, oh, wenn ein Paket ankommt auf Port 22 und kein Programm danach gefragt hat, dann möchte üblicherweise der Service SSH dieses Paket haben. Und dazu gibt es ja noch eine andere Datei. Wir gehen jetzt hier nochmal raus mit STRG X. Und die Datei liegt in verschiedenen Verzeichnissen. Hier jetzt in diesem zum Beispiel. Da gehen wir jetzt rein und listen nochmal mit LS alle Dateien auf. Und jeder einzelne an dieser Datei bezeichnet jetzt einen Service aus der Liste von oben. Und ganz unten sehen wir zum Beispiel auch SSH.plist. Das ist auch wieder eine Textdatei, die wir jetzt öffnen können. Und da sehen wir den Inhalt. Der gibt dem Betriebssystem Informationen darüber, welcher Service denn jetzt gestartet werden sollte, falls kein Programm danach gefragt hat. Da können wir mal durchgucken. Und der Inhalt dieser Datei gibt dann dem Betriebssystem Informationen darüber, welcher Service denn gestartet werden soll, falls kein Programm aktiv danach fragt. In dem Key Programm sehen wir hier eins drunter im String, ein Pfad. Und der Pfad ist der Pfad zu dem Programm, was dann gestartet werden sollte. Falls also Pakete ankommen zu einem Port, der noch gar nicht geöffnet ist oder wo gar kein Programm nach gefragt hat, dann guckt das Betriebssystem in diese Liste, öffnet dann das Programm in dem Pfad und gibt dann die Daten an das Programm weiter. Vor allem in solchen Fällen wie SSH wäre es natürlich extrem blöd, wenn jetzt hier gerade SSH nicht läuft. Aus irgendeinem Grund kann ja auch abgestürzt sein. Und dann einfach alle Anfragen an SSH verworfen werden. Dann würde man ja niemals mehr an den Computer drankommen. Da gibt es dann sogenannte Superserver. Das sind dann Dienste, die auf dem Computer laufen, die dann Daten an jeden Port annehmen und dann weiterladen. Das ist also dieser Service, der dann läuft, um die Daten weiterzugeben. Die laufen dann also immer mit. Gut, jetzt sind wir ganz schön tief eingestiegen. Aber genau das ist ja auch die Idee dahinter, dass man einfach extrem tief kommt, nur mit so ein paar Befehlen. Hier gehen wir nochmal raus. Und wir können dann einfach auch von hier den Befehl starten, den wir benutzen müssen, um uns mit dem anderen Server zu verbinden. Der Befehl war also SSH, Leerzeichen, P, Leerzeichen 222, 0. Dann kommt noch ein Leerzeichen, dann der Username, Bandit 0, add. Dann kommt die Adresse, die wir uns gespeichert haben und Enter zum Verbinden. So, jetzt haben wir uns verbunden. Sieht zumindest so aus, bekommen aber irgendeine Art von Fehlermeldung. Beziehungsweise wir werden gefragt, ob wir irgendwas machen wollen. Die Frage ist natürlich, was? Wenn wir uns das jetzt hier übersetzen, dann steht hier, dass die Echtheit von dem Host nicht garantiert werden kann oder überprüft werden konnte. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Dahinter steckt ein Verfahren zur Verschlüsselung, beziehungsweise Identifikation. Das gucken wir uns später nochmal genauer an. Interessant für uns ist jetzt erstmal, dass der Fingerprint hier eine eindeutige Identifikation des Hosts ist, also dem Server, den wir uns verbinden wollen. Das ist also eine einzigartige Zahl, die der Server sich generiert hat, um seine Identität zu bestätigen. Was jetzt gemacht wird, ist, dass dieser Fingerprint hier auf unserem Computer gespeichert wird und dann bei jeder Verbindung überprüft wird. Sodass wir immer sicher gehen können, dass wenn wir uns mit dem Server verbinden, unser Computer die Verbindung überprüft, beziehungsweise den Fingerprint überprüft und wir uns dann immer mit demselben Computer verbinden. Weil im schlimmsten Fall würden wir uns einfach beim zweiten Mal mit einem anderen Computer verbinden, der aber auch hinter dieser Adresse ist. Wenn jetzt also, grob gesagt, die gehackt wurden und dann die Adresse umgeleitet wurde auf einen anderen Computer, dann würden wir uns auf diese Adresse einloggen, aber nicht auf demselben Computer und dann einfach unser Passwort da eingeben und unser Benutzernamen. Und der Angreifer speichert dann einfach diese Daten und hat dann quasi den Zugang zu dem echten System. Und um das zu umgehen, identifiziert sich der Server, mit dem wir uns verbinden, jetzt eindeutig und die Identität wird bei uns auf dem Computer gespeichert. Was wir jetzt aber noch machen müssen ist, diesen Key mit dem Key vom Besitzer zu vergleichen. Uns wurde erstmal nur einfach ein Key gegeben, den wir uns jetzt speichern, aber woher wissen wir, dass es auch der Key ist von dem echten Server? Und um das zu machen, ist jetzt die Identität in zwei Teile untergeledert. In Public und in Private. Ein Teil hat nur der Besitzer und ein Teil ist öffentlich. Und den öffentlichen Teil stellt er tatsächlich auch öffentlich, damit jeder das identifizieren kann. Und dann hat er noch einen privaten Teil, den aber nur er hat. Und nur beide Teile zusammen ergeben dann quasi diesen Schlüssel. Wir kopieren uns also diesen Schlüssel hier und können auf die Webseite gehen von dem Spiel von OverTheWire.org. Und hier ist der Key auch gelistet. Wenn wir jetzt also hier oben einfach mal suchen, dann wird uns der auch angezeigt. Das ist also genau der Key, den auch der Betreiber öffentlich gemacht hat. Und natürlich kann es jetzt noch sein, dass die Seite verändert wurde. Normalerweise müsste man natürlich jetzt mit dem Betreiber reden und eindeutig den Key identifizieren. Wir gehen jetzt mal davon aus. Es gibt diese sogenannten Signing Partys. Das wird beim PGP benutzt, also genau bei diesem System. Also wenn man seine E-Mails verschlüsseln will oder alles andere und dann verschlüsselte E-Mails versenden möchte, dann muss man diesen öffentlichen Teil, den wir uns jetzt gerade angeguckt haben auf der Webseite, ja auch irgendwie identifizieren. Und man möchte bei verschlüsselten E-Mails natürlich nicht einfach so davon ausgehen, dass die Webseite schon okay ist, sondern verschlüsselte E-Mails zum Beispiel oder Chats oder was auch immer sollen ja wirklich sicher sein. Und die einzige Möglichkeit, um das zu gewährleisten, ist, dass man persönlich mit dem Besitzer redet und der eben diesen Key nochmal bestätigt. Und das machen wir auf so Key-Signing Partys. Das ist eben dieser Begriff, der zwischendurch mal rumgeht. Genau, wir haben das jetzt also bestätigt. Und wir werden hier gefragt, sind wir sicher, wollen wir uns jetzt verbinden? Wir sagen jetzt ja, drücken auf Enter und bekommen die Meldung, dass dieser Host jetzt zu dem bekannten Host hinzugefügt worden ist. Das ist jetzt also eine Datei auf meinem Computer, der diesen Key beinhaltet. Und jedes Mal, wenn ich mich mit dem verbinden möchte, dann wird der Key überprüft und ich auch gewarnt, wenn der Key nicht übereinstimmt. Ich bin jetzt hier rausgeflogen, weil ich zu lange gewartet habe. Dann kommen wir nochmal zum interessanten Befehl, das ist die History. Es wird also jeder Befehl, den wir eingeben, auch gespeichert, um ihn dann nochmal aufzurufen. Wir können jetzt mit Pfeiltasten einfach hochgehen und die Liste der eingegebenen Befehle durchsuchen. Wir gehen also eins hoch, drücken auf Enter und dann wird der Befehl nochmal wiederholt. Und wir sehen jetzt auch gleich, dass die Meldung nochmal kommt. Wir bestätigen also nochmal, drücken auf Enter und jetzt sind wir verbunden. Ich habe also gerade zu lange gewartet, klassischer Timeout, muss das nochmal eingeben. Jetzt bin ich verbunden und mir wird auch schon eine Meldung angezeigt, dass ich jetzt verbunden bin. Das hier nennt sich Banner, in dem jetzt hier die Adresse des Spiels steht und der Name. Wir spielen das Spiel Bandit. Üblicherweise in der Realität würde man jetzt hier nochmal einen rechtlichen Hinweis hinschreiben, sowas wie, wenn ihr uns hackt, dann ist das illegal und wir loggen alles mit und ihr werdet der Polizei gemeldet. Nur nochmal, um sich rechtlich irgendwie abzusichern. Das kann man natürlich auch irgendwie alles ändern oder komplett weglassen. Wir werden jetzt also nach dem Passwort gefragt. Wir haben uns hier angemeldet mit dem Benutzernamen Bandit0 an der Adresse. Und wir sollen das Passwort eingeben. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir wissen das Passwort ja schon. Das Passwort heißt Bandit0, wie der Benutzername. Und tippen das einfach mal ein in dem Fall. Ich habe es jetzt eingegeben, man sieht aber natürlich überhaupt nichts. Das ist dieses super tolle, extreme Sicherheitsfeature, dass man gar nicht sieht, ob man überhaupt irgendwas eingetippt hat. Damit kann man sich ganz, ganz schnell vertippen. Also bloß nicht verunsichern lassen, wenn man eine Fehlerbildung bekommt. Es kann ganz schnell sein, dass man einfach irgendwie sich vertippt hat. Man kann auch immer mit STRG-C abbrechen und nochmal versuchen. Einfach tippen und Enter drücken. Ich tippe jetzt mal Enter. Hier sieht man genau das, was ich gerade gesagt habe. Und Enter. Tada. Fehlermeldung. Wir versuchen es nochmal. So, ich hatte jetzt gerade einige Fehlermeldungen. Hier unten sieht man auch noch eine. Ich bin aber jetzt eingeloggt. Und hier sieht man auch, dass ich gleich mehr Informationen über das System bekommen habe, nachdem ich mich eingeloggt habe. Und zwar sind wir hier auf einem Ubuntu 14.0 LTS. Haben hier schön einen Link zur Dokumentation. Das sind so diese klassischen Informationen, die man immer bekommt. Keine Garantie, dass hier irgendwas funktioniert. Wir haben uns jetzt also erfolgreich eingeloggt. Und ich bin jetzt auf einem entfernten, virtuellen Linux-Computer. Einen komplett echten Linux-System. Und kann jetzt hier wild Standard-Linux-Befehle benutzen. Nur mal so zum Test benutze ich jetzt einfach mal List. LS. Enter. Und sehe, ich bin hier in einem Verzeichnis, wo keine Datei drin ist. Macht ja auch nichts. Wir wissen ja schon, wie der Befehl funktioniert. Wir haben jetzt so viel schon ausprobiert. Dann würde ich sagen, wir stoppen hier. Machen in der nächsten Folge weiter. Lernen da noch ein bisschen mehr. Schließen hier ab mit dem Befehl Exit. Mit dem wir uns ausloggen. Ich bin jetzt aber erstmal wieder auf meinem lokalen Computer. Also alle Befehle, die ich jetzt hier eingebe, die gebe ich auf meinem lokalen Computer ein. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß soweit mit Linux.